Huch! Ist doch der Huch! Der Willi! Der Schweteck! Jungs, was ist denn hier los? Ganz schön leer, oder? Ja, liebe Fans, wir haben Pokalfinale am Wochenende. Wir brauchen Sonntag eure Unterstützung, dass die ganze Tribüne hier voll ist und damit wir auch mit euch zusammen den Pokal holen können. Also bringt jeden mit, Oma, Opa, Tante, Onkel, Hund, Katze, Maus, wie ihr wollt, und kommt einfach und unterstützt uns. Wir zählen auf euch! Also Sonntag, 18.30 Uhr, hier in der Eisdalle. Willi, sing doch mal was! Moskitos essen, tschalalalalala! Moskitos essen, tschalalalalala!